Du kannst eigentlich meinetwegen noch ein drittes Mal anrufen. Einfach, dass wir ihn herlocken. Oh, warte. Ich hab irgendwas gehört. Ach nee, das warst du. Ja, sorry. Ich muss echt in der Max-Mission das andere Gewehr ausrüsten. Mir egal, wie schlecht oder gut das ist. So, jetzt muss er kommen. Und im Bahnhof. Okay. Ach so. Hä? Hä? Oh. Wir sind hier. Ja, jetzt muss er kommen. Oh, hier ist aber auch noch ein Weg runter, was sehe ich gerade. Ja. Oh. Bzw. habe ich beide hier im Visier gerade, so zwei Seiten. Ich hab's sonst beide im Auge. Du kannst gerne nochmal anrufen, sonst. Okay. Er ist immer noch dort unten. Ja, das hat sich verändert. Ja, die Frage ist halt, wer beiligt jetzt als erstes, sag ich jetzt mal. Ja. Ich will schon fast wieder runter zu dem Skistand gehen und oben auf den Turm drauf, weil da kunst du so ein bisschen reinschauen. Da hast du richtig. Dann nehme ich sogar die Pistole. Ja, siehst du, Standortwechsel. Also schon gut, dass wir das machen. Ja. So, in diese Richtung muss er also kommen, oder rein oder wie auch immer. Da drüben sieht sie ja gar nichts. Nee. Die ist ja voll mit Lichter. Was war das? Rede mit mir. Der trifft nicht. Da drüben ist einer. War er das? Nee, Liede, Schafspitze. Ich leck mich doch am Arsch. Ich hatte da drüben was gesehen, aber... Du musst mit mir quatschen, sonst kriege ich ja Panik. Ja, ich kann aber auch gerade nicht reden, wenn ich mich da irgendwie konzentriere. Ach so. Das ist das Problem an der Sache. Ich dachte, ich hätte ihn. Ach, Mann. Das Telefon ist ja auf der Brücke dort oben. Ja. Das nützt nichts. Ich muss halt nochmal da hinrennen irgendwie. Ja, komm ich mit. Ja. Irgendwo hier? Nee, wie geht's denn hier hoch? Ah, mit der Leiter, okay. Ja, jetzt geh hoch. Ja, in der Nähe. 72. Der muss hier irgendwo gleich auf der Straße sein. Blinke füten. Flinke füße. Kann aber auch von rechts kommen, ne? Ja. Von dem Weg da, oder was das ist. Oder? War das hier? Ganz. Ach, komm, zeig dich. Ach, komm, zeig dich. Ja. Du kannst mit Shift schneller die Leiter hochklettern. Wo ist der Jäger? Es ist wichtig. Der Jäger? Er hat sich hier gemeldet. 200 Meter. Der ist wieder unten beim Bahnhof. Warum? Ich gehe nochmal zurück zum Turm nochmal. Auch wenn es nicht so wirklich was bringt. Ich muss nochmal hin. Wo ist der Jäger? Wo ist der? Ja. Der Jäger hat sich hier gemeldet. Moment mal, warum wollen Sie das wissen? Wie ist Ihre Freigabe? Nein. Den Winkel kann ich gerade nicht einsehen. Nee. Ja. es nützt jetzt nichts wenn wir hier jetzt stundenlang noch campen ja die mission geht ja schon seit fast drei stunden muss man sich mal vorstellen drei stunden geht diese mission fast ich wurde mal letztes mal an ja 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 also halt randkirchen irgendwie sowas und dann versuchen den irgendwie zu eliminieren wenn hat nichts anderes zu tun linke seite guck ich mal weil da ein turm ist ja kannst du sonst auch rauf gehen ja wenn er nicht dieselbe idee hat vielleicht wie verlassen ich habe mich ja gar nicht hoch also jedenfalls nicht alleine irgendwie es ist laut genug komm jetzt da haste ich jetzt preis gegeben dachte jetzt schon ist er denn hast du denn hier geschossen ich nicht muss mich im visier gehabt haben oder war da oben beim haus jetzt habe ich ihn nicht nur getötet ja aber bei mir stand dran aber das genau hier um die ecke durchsuchen ja bitte schleppt mich von diesem ort hier weg langsam keinen nerv ich bin oft zu alt kommen wir machen noch ein paar fotos hier und dann ja dann machen wir einen sack zu ganz ehrlich ich schnauze voll von adlern oder irgendwie so weit ich bin ja mal schlägen jetzt welche dokumente hier noch gibt oder so das sieht oh und noch was gut aufnehmen bitte bitte wir können ja das ist gehen oder sind noch irgendwelche sachen drei die wir machen müssen hier steht ein übergelaufener wissenschaftler der args versteckt sich hier in einem verlassenen haus da kam ich aber nicht rein das ist gleich hier neben beim ausgang da kann man vielleicht noch fix machen aber dann ja dann ist feierabend dann also ich suche hier nichts mehr also das war ja weiß ich nicht und das ist jetzt mission 7 oder wo waren gerade sieben ja ich will nicht wissen wie die anderen sind ganz ehrlich mit dat hier schon so war ich bin gespannt ja also hier muss es irgendwo sein weil naja hochklettern aber auch hier hier ist glaube ich gebiet verlassen ja genau ja ach so ich auch ich kann hier hoch aha ja das habe ich nicht gesehen ich muss jetzt hier bin ich den assassiner arbeit jetzt ja jetzt kommt noch bei unserem glück kommt auch einer sache ich muss hier oben klettern genau das war ja zu erwarten komisch aber hier unter der brücke sind krakendokumente versteckt haben wir da dokumente gefunden weiß es nicht mehr möchtest du sie noch holen ich lauf mal geht bleib du da stehen ich hole die nach da unten ja ja bin gleich wieder da ja bitte ich kreuche und fleuche so vor mich hin ja das ist ja das ist ja man kann den also da oben wo wir stand nehmen oder auf dem turm war es da konnte man den auch durchschnitt bilden ja ok gibt es sind noch übrigen da gibt es ja nicht okay auch hier stehen die beiden tanks auch wieder auch nicht genau wie bei den anderen da irgendwie macht keinen blödsinn jetzt schon passiert und hat er gemacht oh ja wie sie es ganz amnitz gemerkt wir sind weiter gefahren hat vielleicht auch keine lust mehr aber wahrscheinlich kann ich immer noch nicht verübeln ja ja das ist kenne einen und verablen frau hat schon angerufen zwei stunden zu spät ja gibt es bei der klopse gibt es mhm oh da hätte ich auch wieder bock drauf mhm oh hey jackpot aha ja bitte aber nur zwei von drei scheißegal mach hin mach hin mach hin sonst gehe ich allein komme wait a minute da verkehrt jetzt was denn oh das sind irgendwie ein paar mehr sachen die kam einfach so angefahren mit dem motorrad ja genau das waren die die hier vorbeigefahren sind ach so ja ja gut freundlich ganz verrückter ja mit der richtigen wummel ja gut hört man die jetzt auch ja perfekt alles sauber ja gut auch jetzt hier auch ab kannst du aber sonst auch gerne den ausgang nehmen ich laufe jetzt auch nur noch zurück aber ja ja ist das ich Operation Kraken Research Facility and V2 Missiles neutralized. But the full threat of Operation Kraken is now clear. Hitler has set his sights on America. They are preparing to mobilize from San Nazaire all countermeasures authorized.